Guten Tag, mein Name ist Wolfram de Bruyne, ich bin Geschäftsführer der Atmos GmbH. Wir sind im zweiten Jahr auf der ProLight & Sound und sind wiedergekommen aus denkbaren Gründen. Hinter mir sehen Sie unser neuestes Produkt. Es ist eine LED-Kugel mit einem Durchmesser von 1,92, einem Pixelpitch von 12 mm und 320 kg Gewicht. Sie kann gemietet werden und wird für Events mit einem Rolldolli, mit einem LKW zum Einsatzort gebracht. Es ist frei wählbar die Helligkeit, der Pixelpitch im Indoor-Bereich 8, 10 oder 12 mm, im Outdoor-Bereich 12, 18 oder 24 mm. Genauso ist die Größe der Kugel frei wählbar von 80 cm Durchmesser bis 32 m Durchmesser, was dann allerdings von innen mit LEDs bestückt würde für Planetarien zum Beispiel. Weitere Einsatzmöglichkeiten der Kugel sind Casinos, wo der Jackpot in der Mitte des Saals angezeigt wird oder Diskotheken, wo die Kugel auf das eingehende Tonsignal reagiert und die Animation dementsprechend verändert. Ebenfalls gerne genommen in Empfangshallen werden die Besucher begrüßt oder zu Werbezwecken auf Hausdächern oder in Einkaufszentren. Und natürlich funktioniert diese Kugel auch sehr gut auf Events oder an Messeständen, um Publikum anzuziehen. Ich lade Sie herzlich ein, uns zu besuchen hier in Halle 9, Stand C50 auf der ProLight & Sound. Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie!